Katzen sind faszinierende Tiere, die oft ihre eigenen Wege gehen und doch scheint ihr Bett für sie ein unwiderstehlicher Anziehungspunkt zu sein. Warum ist das so und ist es sicher mit ihrer Katze zu schlafen? In diesem Video werden wir diese und weitere Fragen beantworten und untersuchen, was die Schlafposition ihrer Katze über ihre Beziehung verrät. Sicherheit und Geborgenheit. In einer interessanten Studie beobachteten Forscher die Ruhegewohnheiten von Katzen in Haushalten mit mehreren Haustieren. Sie fanden heraus, dass die selbstbewusstesten Katzen oft die offensten und ungeschütztesten Plätze wählten, während weniger selbstbewusste Katzen sich lieber versteckten. In der Nähe ihres Besitzers fühlten sich jedoch auch schüchterne Katzen sicherer und wohler. Katzen ruhen oft in offeneren Bereichen, wenn ihre Menschen in der Nähe sind, da dies ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Wussten sie, dass Katzen ein drittes Augenlid, die sogenannte Nickhaut, haben? Diese dünne Membran kann sich teilweise schließen, während die Katze ruht, um wachsam zu bleiben, auch wenn sie schläft. Dies zeigt, wie wichtig Sicherheit für Katzen ist, selbst im Schlaf sind sie bereit zu reagieren. Territorium und Vertrauen. Unser Zuhause ist für uns in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Für Katzen ist jeder Teil des Hauses jedoch ein Stück ihres Territoriums. Ihr Bett trägt ihren Geruch und wenn ihre Katze dort schläft, vermischt sie ihren Geruch mit ihrem. Dieses Verhalten ist ein Zeichen von Geborgenheit und Vertrauen. Katzen würden kein Territorium markieren oder beanspruchen wollen, indem sie sich nicht sicher fühlen. Wärme. Katzen lieben Wärme. Ihre Körpertemperatur liegt bei etwa 38,6 Grad Celsius, was bedeutet, dass sie von Natur aus wärmer sind als wir. Katzen frieren schneller und suchen daher instinktiv nach Wärmequellen. Studien haben gezeigt, dass Katzen Oberflächen mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius bevorzugen. Ihr Körper wirkt für ihre Katze wie eine natürliche Heizung. Wenn sie bei ihnen schläft, genießt sie die Wärme, die sie abgeben. Bindung. Katzen sind sozialer, als man denkt. Kätzchen schlafen in einem Haufen, um sich zu binden. Wenn ihre erwachsene Katze bei ihnen schläft, erinnert sie sich an dieses frühe Verhalten. Durch Füttern, Spielen und Streicheln bauen sie Vertrauen auf und ihre Katze sieht sie als wichtigen Teil ihres sozialen Umfelds. In der Wildnis bilden viele Katzen Gruppen und teilen sich Jagdgründe, kümmern sich um Jungtiere und ruhen sich gemeinsam aus. Ihre Hauskatze betrachtet sie als Teil ihrer Gruppe. Die Schlafposition ihrer Katze. Zu ihren Füßen. Dies zeigt eine Mischung aus Unabhängigkeit und Verbundenheit. Ihre Katze kann leicht aufstehen, bleibt aber in ihrer Nähe. In der Nähe ihres Kopfes. Ein besonders intimer Platz. Ihre Katze mag sie und fühlt sich durch ihren Atem- und Herzschlag beruhigt. Auf ihren Beinen. Ihre Katze muss sich sicher fühlen, um sich hier niederzulassen, da sie zwischen ihren Beinen und dem Bett eingeklemmt ist. Sie genießt die Wärme ihrer Muskeln. Auf ihrer Brust. Der ultimative Vertrauensbeweis. Ihre Katze ist so nah wie möglich bei ihnen, hört ihren Herzschlag und fühlt sich absolut sicher. Ist es sicher, mit einer Katze zu schlafen? In den meisten Fällen ist es sicher, mit ihrer Katze zu schlafen. Das Schnurren einer Katze kann Stress und Angst reduzieren und den Schlaf fördern. Menschen und Katzen haben jedoch unterschiedliche Schlafmuster, was zu Störungen führen kann. Katzen sind dämmerungsaktiv und könnten frühmorgens aktiv werden. Wenn sie leicht schlafen oder Allergien haben, sollten sie vielleicht eine andere Schlaflösung finden. Für weitere Tipps, wie sie das Leben ihrer Katze bereichern können, abonnieren sie unseren Kanal und werden sie Teil unserer katzenbegeisterten Community. Schau dir unbedingt diese unglaublichen Videos an, sie werden dich faszinieren.